Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. So, wir machen uns jetzt auf unsere Reise Richtung Süden, beziehungsweise großes Schwert. Oh, dahinter glitzert es schon wieder hier Richtung großes Schwert. Da ist es noch ziemlich weit, aber wir haben hier hinten in der Ferne einen Wrack eines Pheronis entdeckt. Wir sind allerdings nicht sicher, wo der herkommt und ob der noch aktiv ist, weil eigentlich sollte es hier keine Siedlung, keine Kolonien aktuell geben, weder von Agnus, Agnes, Agnes, noch von Kevis. Von daher gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe mich ja letztes Mal gefragt, müssen wir jetzt hier außenrum oder doch eher hier mittendurch, weil die Navigation zeigt uns jetzt hier lang. Wir würden den, ich würde dem jetzt erstmal folgen, aber da war irgendein ziemlich großes Vieh unterwegs. Das ist jetzt schon inzwischen wieder vorbeigewandert, aber irgendwo wird es vermutlich immer noch sein. Oh, guck mal. Gizerkrabbe. Gizerkrabbe muss dran glauben. Was für ein Falscher attack, ich wollte eigentlich den Kling-Kling-Bohra machen. Ka bèh, rufe mich um! Der hat gesagt, dass du das tun sollst. Aber wir kämpfen ja jetzt zu sechst hier. Von daher können wir uns gerne auch mal an größere Gegner hier wagen. Ja. Da ist das große Vieh. Das ist Stufe 80. Ich glaube, es wird noch etwas, das wir nutzen können. Elite! Da machen wir einen ganz großen, aber einen ganz, ganz großen Bogen drum. Und gucken mal, wie wir am besten rüberkommen, ohne dass der uns sieht. Der scheint hier so durch den Fluss einfach zu wandern. Das heißt, am besten fangen wir ja auch keinen Kampf an. Zumindest nicht mitten im Fluss. Ich weiß nämlich nicht, wie weit der wandert. Neue Reise. Das ist schon mal gut. Wenigstens ist das Spiel ja so nett uns zu zeigen, welche Stufe die Gegner hier haben. Achtung! Ah! Da können wir uns zu einer Seite anschließen anscheinend. Komm, machen wir das! Ach nein! Hatte ich erwähnt, dass wir hier besser nicht kämpfen, weil wir nicht wissen... Na egal. Aber ich muss ja immer komisches Zeug kriegen. Wenigstens gehen die Kämpfe jetzt ein bisschen schneller, weil es einfach mehr Leute sind. So, wir können uns ja jetzt quasi hier... So, wem willst du helfen? Den Krabberich oder dem schweren Unkor? Wir kriegen Nopon-Münzen, wenn wir den schweren Unkor anhauen, sonst kriegen wir Gold und Erfahrungspunkte. Ich glaube, die Nopon-Münzen sind sinnvoller. Was heißt denn drei Siegesbeute? Oder sind es drei Gegner? Siege... Ne. Drei Gegner wahrscheinlich. Siegesbeute ist hier die Nopon-Münze. Oder nehmen wir die Nopon-Münze. Ich weiß zwar nicht, was wir mit Nopon-Münzen machen können. Wir haben schon ein paar gesammelt. Aber ich glaube, Nopon-Münzen sind gut. Würde ich jetzt, äh, mal vermuten. Oder so. Auf. So, wen reichen wir an? Erstmal gar keinem, weil wir kommen hier gar nicht hoch. Super. Denk ich mal lieber. Glaub, komm, helfen wir mal hier. Mist. Wissen die doch ganz zu schätzen, dass wir denen geholfen haben? Oder greifen die uns dann direkt an? Nö, die lassen uns jetzt in Ruhe. Ja. Na, immerhin. Ich hatte nämlich kurz Angst, dass wir jetzt dann trotzdem gegen die kämpfen müssen oder so. Weil das halt einfach... Ach, die verkrüneln sich sogar. Ah. So, Nopon-Münze ist doch schon mal gut. So. Jetzt nicht wieder alles auf uns aufmerksam machen. Wir wollen ja eigentlich nur da hinten zu den Ruinen. Wo ist das Stufe 80 Vieh hin? Keine Ahnung. Aber hier glitzert's. Hier glitzert's reichlich. Oh, Glitzerviecher. Gleich zwei. Angreifen. Zack. Here we go, guys. Let's give him the usual, Nora. Crouch down. Ah, misch du dich direkt ein? Bitte, bitte misch dich ein. Danke, danke. Was? Noch einer? Was seid ihr eigentlich? Grüne Gürteltiere oder zu groß geratene Keller-Apfeln? Bin ich ganz sicher. Was ist meine Schmuckfeder? Ja. Na gut. Sieht gut. Schauen wir uns jetzt erstmal das hier an. Das ist wie ein Krammerich hier. So, so. Die leben da. Okay. Gegner anlocken. Manchmal befinden sich viele Gegner an einer Stelle. Wenn du es nicht mit allen auf einmal aufnehmen willst, kannst du versuchen einzeln mit Hilfe von... Okay. Kann ich pfeifen oder was? Ich glaube aber, selbst wenn wir jetzt alle auf einmal machen müssten, wäre das jetzt nicht... Obwohl sie in Stufe 11. Ich glaube, das wäre gar nicht so tragisch. Hä? Naja. Ich weiß nicht. Es sah irgendwie so aus, als hätte ich ihnen nichts getan. Ich Page von 7 Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Die kriegt aber hier ganz böse auf Gemütz. Wann geht der Kampf los? Oh, da ist sogar ein Stärker noch dazwischen. So, so. Jetzt ist es vorbei! Eigentlich alles ganz... ganz tutti... Gebiete sichern. Ah, dann nehmen wir mal den Kumbus und komm her! Ich schmeiß einfach einen Stein auf den, oder was? Oh, oh, oh! Der hat auch einen Hut, oder? Na ja. Gut, scheiße. Bam! Oh! Das hat ihm aber nicht viel getan. Krass! Ja, das ist halt ein bisschen stärker als Frischschnitt. Ja, das ist halt ein bisschen stärker als Frischschnitt. Oh, oh, oh! Mio! 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 Aua! Sehr schön! Der wirbelt da in der Luft! Ehhhh! Der wirbelt da in der Luft! Tadaaa! Bezwungen! Was auch immer! Elite-Bonus. Das war weit zu schnell. Lässt sich nicht öffnen, ja. Wahrscheinlich, weil ich noch einen erledigen muss. Gut, der wird ja jetzt nicht so tragisch werden. So, jetzt dürfen wir und versuchen die Container. Gut. Gut. Mal schauen, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Da liegt noch was. Ich kann eigentlich ein bisschen schneller rennen. Ne, sieht nicht so aus. Oh, ach so. Ach so, das ist eine... Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir machen. Mit Gewalt geht alles. Ich weiß nicht. 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 nicht. Ich weiß 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 nicht, dass sie nach Hilfe von Ressourcen wurden. Würden, ne? Hä? Wieso? Ja gut, da können wir jetzt irgendwie was herstellen, oder? So, kommen wir hier heile wieder runter? Ja, okay. Machen wir jetzt erstmal den Container auf. Noponmünzen. Goldmünze sogar. Ich weiß zwar immer noch nicht wofür, aber wir freuen uns schon mal, dass wir sie haben, finde ich. Vielleicht, ah, wahrscheinlich können wir da mit hier schmieden, oder so. Noponputte. Noponputte. Noponpuppe. Zu viele Puss. Ah, wahrscheinlich die Münzen. Krasse Sache. Krasse Sache. Krosses Pferd. In der Nähe jedes Pheronesfrags befindet sich eine Minifabrik, die gegen Zahlung von G-Sammelitems und manchmal auch seltene Items herstellt. Achso, die gegen Zahlung von G, also Gold, Sammelitems und manchmal auch seltene Items herstellt. Okay. Hm, also nicht mit Noponmünzen. Geld nutzen, um Items herzustellen. Ja, okay. Und die spuckt jetzt einfach irgendwas raus. Oh, die, die pupst. Die pupst Gegenstände. Okay. Okay, erste Wache, beschlossen. Hä? Jetzt? Anopon. Hallöchen. Das Gontoto ist nur ganz harmlos Anopon. Dräunend. Pfui. Hä? 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 3 fleißig schocken bitte ja irgendwie schon alle zum verkauf bestimmten sammel-items an skontontos verkauft einfach so automatisch na gut das war ordentlich leckerwurst kaufst du nicht an was das ist ja praktisch So, das Snoop on Amazon. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das Hügelwrack. Items ohne anderen Nutzen werden automatisch an die Händlerinskunden Toto verkauft. Hast du bereits den maximal möglichen Geldbetrag erreicht, verschwinden sie einfach. What? Okay. Also ich habe Items, die sind nur zum Verkauf da, die werden automatisch verkauft. Aber wenn mein Geldbeutel voll ist, dann werden die halt auch verkauft, statt sie zu behalten, bis mein Geldbeutel leer ist, um sie dann zu verkaufen. Versteht das richtig? Das ist ja Käse. Nopon Münzen. Tauschst du diese Münzen bei Nopon Münzen Börsen gegen Eidels oder nutzt sie für folgendes? Collectikon Kartenaufträge, Kochen, Juwelenschmieden, Klassenaufstufen. Ach du meine Güte. Okay. Also eigentlich für richtig viele Dinge. So, und hier ist doch jetzt so richtig viel. Zack, 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 zack. Leckerwurst kauft er nicht. Ach, das ist Leckerwurst. Na gut, wir haben ganz viel Leckerwurst bekommen. So. Komm mit dir noch hier. Händler-Nopon. Haufen. Erhöht KP-Heilung bei Einsatz von Heilungstechniken. Erhöht Menge der Fortlauf und Wutminderung. Erhöht Eta-Abwehr um 5 Prozentpunkte. Erhöht Crit-Rate. Ich kauf's einfach mal. Erhöht Wut jede Sekunde. Geringer Effekt. Das ist vielleicht auch nicht so übel. Für einen Tank. Er hat beim Aufheffen. Aha, aha, aha. Interessant. Danke, Bon. So, jetzt haben wir hier. Äh? Was war das jetzt für ein Sohn-Gut? Aber wir haben hier noch eine... eine Quest mehr oder weniger. Wie's aussieht. So, gehen's aber erst mal. Zack. Let's make the most of our break, guys. Wenn wir übernachten. Haupthandlung fortsetzen. Ach so? Nee, ich wollte eigentlich die Quest da, die die da hat, vielleicht noch machen. So. Stufe steigern? Geht. Aber dass ich das bei jedem, muss ich das bei jedem einzeln machen? Ah, hier, Stufen steigern alle. Ja, perfekt. Mehr will ich doch gar nicht. Und jetzt können wir noch die Wäsche waschen. Was auch immer mir das bringt, ich weiß es nicht, aber wir tun's einfach. So, sind immer schön sauber. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. So, ich kann jetzt aber auch... Ah, ich kann jetzt auch wieder zurück. So, weil... Ich würd sagen, die Zeit ist rum. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und ich glaube, dann würde ich vielleicht mal erstmal fragen, was hier noch... Ist das eine Nebenquest, die die hat oder so? Wir werden's sehen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. 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 Ciao.